So, guten Morgen Leute, herzlich willkommen! Danke für das 20. März Challenge. Heute teilen wir uns wieder. Das ist so. Schauen. Einmal. Und dann um die Predigen. Falls ihr in der Nähe wohnen, könnt ihr die gerne mal zeigen. Wir sind weiter. Ordnung 27.2. bis 2.3. Und da teilen wir uns die Freihouse. Genau, dann gehen wir erst erstmal frühstücken. Und dann laufen wir einfach mal durch. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Komm, gib mir die Kamera. Warte, ich möchte jetzt erst mal wissen, was ich machen muss. Also, dieser Controller hier, der steuert vor, zurück, rechts, links. Und mit dem Controller kannst du, wenn du 100 hoch hältst, und links, rechts, rechts drehen. Mehr brauchst du nicht. Viel Spaß. Wow, Junge, pass auf. Das ist ein Fernsehgericht. Da fliegt nach dem Puchto, pass auf, die Pferde auf. Wo bin ich denn überhaupt? Über dem Pferde, gerade, kurz vor dem Pferde. Kommst zurück, halt, da. Wo bin ich denn? Da. Kann ich mal Aufnahme starten? Ja, da kannst du mir was machen, aber. Machen. Kannst du noch einmal gerade sehen, dass du dir von nach unten zeigst? Hier war es gerade, aber es brauchst nett. Achtung! Junge, 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 Junge! Elias! Scheiße! Ja, passt, lass. Komm, wir gehen hier lang. Alles gut. Alles gut. Was für ein Schwein, Alter. Kontrollehebel ganz nach unten. Den, den, äh, runter, ganz nach unten. Andern. Ganz nach unten. Ja. Das wurde aus Bennys ersten Drohnenflug. Wir können jetzt mal kurz den Schadensreport anschauen. Ja, das war richtig viel lang. Sieht nicht so aus. Alter, sorry. Junge. Nur zweig. Das habe ich auch schon, habe ich auch schon geschafft. Ich dachte so, ich dachte so. Okay, drücke ich jetzt mal ein bisschen weiter runter. Und dann war es auf einmal so richtig schnell. Nein, der macht es nicht. Oh Mann. Und den, Chip, lasst mich in meiner Drohne fliegen. Mein, Chip. Nee. Lass mir nämlich jetzt eine Kamera. Das ist jetzt irgendwie nicht so ganz fair. Fazit? Ja, also es sieht auf jeden Fall leichter aus, als es ist. Zu fliegen vor allem. Und wenn man da einmal zu stark drauf trägt, dann wird es schnell. Oh ja. Und was war deine Meinung, als du es gesehen hast? Schau ja, das fliegt aufs Auto und geht kaputt. Das dachte ich auch, um ehrlich zu sein. Aber du hast geschafft. Ich schau jetzt mir alles nochmal an. Der Akkus sieht ein bisschen kaputt aus, aber schauen wir jetzt gleich mal.